Also meinem 14-jährigen Ich würde erst mal raten, zum Friseur zu gehen, weil diese Frisur ging gar nicht. Und machte nicht so viele Gedanken über die Lateinnoten, weil die wirst du später sowieso nicht mehr so sehr brauchen. Auf meiner Visitenkarte steht Andrea Brandscheid, Frank Schellenberg, Isabella Albrand, Sales Coordinator Industrial Solutions bei Rehau. Rehau ist ein Hersteller unterschiedlichster Lösungen und Ideen im Bereich Kunststoff. Ich bin in der IT verantwortlich, global dafür, dass die IT funktioniert. Also dass unsere Kunden wirklich das bekommen, was sie wirklich wollen, in einer wirklich guten Qualität. Und ich sage, der Kitzel, der wegt dorthin, der ist, sage ich mal, so interessant. Ich habe mir gedacht, Schlauch ist Schlauch, dem ist halt nicht so. Und auch, welche Medien das da durchgeleitet werden können, das ist spektakulär. Das Coolste ist einfach auch die Staplerform, weil es mir Spaß macht und das Stapeln von verschiedenen Paletten, weil wir haben breite, lange, kurze Paletten. Speziell an meinem Job fasziniert mich, dass ich ein neues Produkt habe mit einem riesigen Potenzial dahinter. Was mich wirklich immer begeistert, ist Veränderung und die Menschen. Und mittlerweile habe ich ganz viele Freunde unter meinen Kunden, weil das einfach so gewachsen ist. Das ist echt schön. Das ist einfach schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020